Willkommen bei einer neuen Folge von dem Autofahrer, von dem Crow, the Crow oder so. Ja, und dann geben wir jetzt auch schon mal gleich schon mal schön Gas hier. Und ich habe mir halt so einen komischen Irgendwohnen im Wald einen Wegpunkt gesetzt. Und da wollte ich jetzt mal schnell hindüsen. Ja. Und ich sehe, wir sind gerade voll langsam, deswegen nehme ich mal ein anderes Auto. Äh, wartet mal. Wo? Da muss ja jetzt keiner wieder kein Bild, hä? Ah, man muss ein bisschen warten. Oder so. Ist das der? Nee, doch, das ist der doch. Mal gucken. Komm, lass es der sein. Ah, nee, jetzt ist er nicht. Ich habe nämlich so einen richtig schnell, der kann 300 fahren. Und den will ich jetzt mir mal wiederholen. Da ist nämlich, dann sind wir ja null Komma nix dort. Der ist das doch, oder? Hm, 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 hm. Ah, das kann so nett sein. Ich glaube, das ist der oberste. So hier. Ist das der? Ist das der? Komm, drück die Daumen, drück die Daumen. Ja, es ist der. Er ist es, er ist es. Und wie gesagt, ihr könnt da unten sehen, 300. Wartet, tue ich ja erst mal hochfahren und gehe ich wieder grün rundig. Für die, die das jetzt nicht verstanden haben, vielleicht fährt er 300, habe ich gesagt. Äh, ja, ich bin grad ein bisschen komisch drauf. Irgendwie, lustig, lustig, tralalala. Und wie fahre ich denn grad? Ja. Äh, was ist denn das für ein Sumpf? Ja, das ist denn für ein Sumpf, das müsste ich ja mal ihren. Naja. Naja. Ja, das ist dann jetzt auch der zweite Teil. Morgen kommt vielleicht noch ein Teil, oder vielleicht, ich weiß nicht, mal sehen. Vielleicht mache ich ja heute noch ein Teil von dem. Und ja. Na, ich kann fahren wie eine Frau Listerläufe. Also, wie so eine Frau Listerläufe. Natürlich nicht. Ähm, ja, ich bin da bald nicht so. Ist das auch schon aufgefallen? Und ich fahre jetzt hier einen riesen Umweg, um nach, äh, zu... Naja, es war ja eigentlich auch so eine Idee, den Wegpunkt zu setzen. Ja, dann gehe ich mal raus und mache einen anderen Wegpunkt, die ich dann mal wegmachen. Mhm. Ja, dann mache ich mal den Wegpunkt weg, hier. Na, dann muss ich, glaube ich, da nach vorne. Ich habe mir hier, wie gesagt, im Wald einen Wegpunkt gesetzt. Vielleicht habe ich gerade ein bisschen leiser besprochen. Aber dann spreche ich ein bisschen lauter. Ui, 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 ganz viel weit weg. Das muss man, glaube ich, ein bisschen hoch. Ja, hier, da habe ich mir den Wegpunkt gesetzt. Und den mache ich jetzt mal weg. Ah, Leute, dann macht es mir da halt so schwer. So hier. Ja, toll, jetzt gehe ich wieder ganz nach hinten. Habe ich den Wegpunkt jetzt abgebrochen? Ja, schon wieder nicht. Oh, so auf dem übrigen Fell. So, jetzt fangen wir so ein bisschen freundlich durch die Gegend mit ganz hoffen Gas. So hier und schuhen. Irgendwo mal mit drei Flecken, wo man sich gar nicht geht.